Herzlich willkommen in Berlin. Hier an der Mediaspray im historischen Osthafenspeicher befindet sich VSI Berlin, die deutsche Niederlassung des europäischen Marktführers für audiovisuelle Sprachdienstleistungen. VSI bietet eine hochmoderne Infrastruktur für Synchronisation, Voice-Over, Untertitelung, Bildbearbeitung und vieles mehr. Unsere Synchronstudios sind mit Pro Tools HD ausgestattet und über einen globalen Speicher miteinander verbunden. Sie entsprechen den höchsten akustischen und technischen Anforderungen für TV, DVD und Kino. Ich habe auf dich gewartet. Naja, ich habe mit dieser Barkeeperin geredet. Und sie sagte, du hättest dich völlig daneben verhalten. Wieso siehst du mich nicht an? Lass doch noch ein bisschen provokanter machen. Wieso siehst du mich nicht an? Lass doch das Handy. Der Blick auf die Spray schafft eine besondere Arbeitsatmosphäre für kreative Köpfe. Wir finden, das kann man hören. Danke, das war sehr schön. In unserer 5.1 Mischung arbeiten wir mit einer D-Control 32, die in unser Netzwerk integriert ist. Unsere erfahrenen Mischtonmeister legen größten Wert darauf, die deutsche Mischung dem Original feinfühlig nachzuempfinden. Der komfortable Kundenbereich bietet dabei Raum für Austausch. Sprecher, Autoren und Regisseure werden von unseren Projektmanagern zu einem homogenen Team zusammengestellt. Wir setzen ihre Synchron- und Voice-Over-Fassungen mit Fachkompetenz und Feingefühl um. Multilinguale Projekte bearbeiten wir gemeinsam mit unseren internationalen Kollegen und Partnern der WSI-Gruppe. Auch für Projekte, die mehrere Sprachen umfassen, haben unsere Kunden einen zentralen Ansprechpartner. Untertitlung erfordert viel übersetzerisches Augenmaß und technisches Verständnis. WSI verfügt über ein großes Team von Festangestellten und freiberuflichen Übersetzern und kann so dringende Projekte flexibel umsetzen. Unsere Untertitel werden höchsten Qualitätsstandards gerecht und durchlaufen auf dem Weg zur Sendefassung mehrere Redaktionsetappen. Drehbuch- und Textübersetzungen, Transkriptionen und Untertitelungen für Hörgeschädigte sind feste Bestandteile unseres Leistungsspektrums. In unseren Tonschnittsuiten arbeiten wir mit Pro Tools an unseren Bildschnittplätzen mit Final Cut und Avid. Linearer und non-linearer Bildschnitt, Sendebanderstellung sowie Titelbearbeitungen werden von unseren erfahrenen Cuttern und Editoren direkt im Haus durchgeführt. Unsere 100 Mbit Internetanbindung ermöglicht es uns, Programme mit hoher Geschwindigkeit zu empfangen und zu versenden. Selbstverständlich können Sie unsere Studios, die Schnittplätze und die Mischung auch mieten. In einer angenehmen und kreativen Atmosphäre finden Sie gemeinsam mit uns den richtigen Ton für Ihr nächstes Projekt. Überzeugen Sie sich persönlich von der Qualität unserer Arbeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei VSI in Berlin.